Bitte hier unten rechts an dem runden Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Die Links zu den zwei wichtigsten Sendungen des gesamten Internetfernsehens finden Sie jetzt direkt in der Infobox oben. Als zweiter und dritter Link sozusagen unbedingt schauen, dass ab 1 Stunde 47.22 die zwei wichtigsten Sendungen des gesamten Internetfernsehens, was ein glücklicheres und gesünderes und längeres Leben in einem Wirtschaftswunderland Deutschland anbetrifft. Gut, ja, dann Professor Hendrik Streeck. Also, aber ich gehe erst einmal hier auf unser Tagesbild rüber. Ich gucke mal, ob das gut sitzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, so können wir es tendenziell lassen. Ja, ich denke schon. Also, kurz Nachrichten erst einmal kurz. Jetzt Professor Hendrik Streeck sagte so Dinge wie, sprach so Dinge an, wie das eben das, was wir seit Monaten immer wieder wieder geholt haben, dass die Auslastung in der stationären Behandlung und der Anteil der belegten Intensivbetten selbstverständlich beachtet werden muss. Und dass man dafür Schwellenwerte definieren muss. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, wir sollten vielleicht erst Maßnahmen, überhaupt erst Maßnahmen tun, wenn mal 60 bis 80 Prozent der Intensivbetten wirklich belegt sind. Und nachdem von der Pharmaindustrie und Medizinindustrie völlig unabhängige Biologen wirklich beurteilt haben, ob jemand ein Intensivbett braucht, damit es sozusagen nicht nur aufgrund vorteilbringender Irrtümer und Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer der Ärzteschaft sozusagen unsere knappen Intensivbetten zu schnell belegt werden, sozusagen. Denn Biologen haben einen neutraleren Blick, wie kräftig ist ein Organismus wirklich, wie vital ist er, welche Vitalwerte hat er und die folgen nicht der Tendenz zu den vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern von Medizinern. Dann sozusagen, ja, dann muss ich das hier vorlesen, was ja im Weiteren, was da im Interview berichtet wurde von GMX. Da wurde jetzt hier berichtet, es ist immer wieder von einem Kipppunkt die Rede, ab dem die Fallzahlen schlagartig steigen können. Ja, das ist ja, das ist diese gefährlichkeitsüberschätzung, dieser vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzung des Mainstreams der Medizinindustrie, vertreten durch Drosten, Wieler und Lauterbach, nämlich, dass es plötzlich explodiert. Und da gilt ja auch schon der Satz, es wird meistens nichts, dass alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, also die Frage ist eben, explodiert es plötzlich und müssen wir deswegen sozusagen immer wieder alles runterknüppeln mit Maßnahmen, damit eben diese Explosion nicht zustande kommt. Denn wir müssen uns klar sein, der Mainstream hat Angst davor, dass übermorgen quasi 900.000 angebliche Corona-Tote ungefähr plus minus in Deutschland jetzt noch kommen könnten. Und hat quasi Angst davor, dass das plötzlich kippungartig, exponentiell explosionsartig alles ansteigen könnte, wofür wir aber eigentlich nirgendwo wirklich einen Hinweis hatten, zumindest in Deutschland nicht, denn alles läuft dort eben gemäßigt. Und dazu sagt Professor Streeker eben auch ganz sachlich, dafür gibt es keine Erfahrungswerte. Den Kipppunkt haben wir noch nie gehabt. Wir hatten bislang nie einen exponentiellen Anstieg. Auch jetzt sehen wir eher einen linearen Anstieg. Und das bedeutet also, das deckt sich mit unserer Überlegung, dass wir so bis 60 Prozent der belegten Intensivbetten Deutschlands sozusagen eigentlich alles zulassen sollten, auch damit wir eben keine für die Bevölkerung letztendlich ruinöse künstliche Untersterblichkeitserzeugung machen sozusagen. Und ja, und das sagt eigentlich zu diesem Thema alles, was wir natürlich auch heute hier wieder haben, ist, warum das jetzt nicht reingeht, kann ich mir jetzt nicht erklären. Also, wir haben ja heute dann das Thema, also wir haben ja, ach so, deswegen, das passt nicht mehr rein, weil wir eine Überschrift haben heute. Jetzt gilt es, mitregieren statt rumreden. Das ist das Motto, worum es jetzt gehen muss. Ja, also generell, wir 2020, Bodo Schiffmann, jetzt haben wir die Riesenchance auf 15 Prozent bei der Bundestagswahl und mitregieren als Koalitionspartner und dann durchbringen all der Reformen, die dafür sorgen, dass wir nie wieder Schweinegrippe und nie wieder Corona bringen werden. Also, die zwei Videos in der Infobox, da erfahren Sie alles über die Gesundheitsreform, die eben diese vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer sozusagen sehr, sehr schnell aus der Welt schaffen wird und würde. Und dann kriegen wir auch nie wieder Corona, nie wieder Schweinegrippe. Und Sucharit Bakhti, Wolfgang Wodak und so weiter. Ihr solltet alle jetzt sofort, alle wir 2020, Bodo Schiffmann unterstützen. Denn dieses ganze jetzt aufsplitternde Gezackere wäre ein aufsplitterndes Gezackere, Rumgezackere. Jetzt hat sich auch die Basispartei wieder zu Wort gemeldet mit einer Sendung. Das ist doch sinnlos. Die haben doch als Partei, hat die Basispartei doch gar keinen Prominenten mehr, hat gar keine Chance, jemals 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen zu erreichen. Ist also schon ein totgeborenes Kind und sollte jetzt aufhören, dann noch zu versuchen, von den Stimmen etwas wegzunehmen. Wir müssen alles dorthin konzentrieren, wo Prominenz ist. Und nur wir 2020 ist freundschaftlich verbunden mit Bodo Schiffmann. Und darauf müssen alle Energien konzentriert werden. Und die 56 Prozent der Wählerstimmen, die die 20 Reformen der Next Scientists for Future in einer simulierten Bundestagswahl erreicht haben, die können wir sicherlich nicht im ersten Gang erreichen, nach und nach. Aber im ersten Gang sind 15 Prozent wahrscheinlich gut möglich. Und dann wären diese Parteien in der Regierung, denn diese 15 Prozent würden ja von allen großen Parteien abgezogen werden. Dann wären die wahrscheinlich nicht mehr durch eine Zweierkoalition regierungsfähig, sondern müssten in eine Dreierkoalition. Und bei einer Dreierkoalition braucht man, glaube ich, eigentlich nur 18 Prozent, um sogar den Kanzler zu stellen. Also sozusagen Dreierkoalitionen, es sei denn, einer ist extrem winzig, der andere ist wieder größer und so weiter. Aber letztendlich kann man dann mitreden, mitregieren, Koalitionsvertrag machen. Und dann werden in den öffentlichen Diskussionen sich die anderen zwei Parteien immer mehr dahingehend überzeugen lassen, dass natürlich die 20 Reformen der Next Scientists for Future das Beste für uns alle sind. Also alle Corona-Nachdenklichen, auch alle Corona-Nachdenklichen Internetsender, jetzt mitregieren und nicht nur zuschauen, sondern es geht jetzt ums Mitregieren und nicht nur ein bisschen irgendwie rumreden. Und mitregieren zusammen mit wir 2020, Bodo Schiffmann, alles andere ist Zeit vergeuden. Denn es interessiert doch jetzt niemanden, ob man irgendwo hier mal ein Haar in der Suppe findet oder dort mal ein Haar in der Suppe findet. Es spielt doch keine Rolle. Hauptsache, diese Partei wird als Koalitionspartner eben, kann mitregieren und dann kann man immer noch darüber streiten und kann es im Internet, Fernsehen immer noch alle Diskussionen geben, ob man, wie weit man sozusagen den 20 Reformen der Next Scientists for Future folgt oder sie durch die Gemeinwohlökonomie-Aspekte ergänzt oder durch Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Bürgerparlamente oder Volksentscheide und so weiter. Oder jetzt hat gebracht, Professor Patzelt hat angesprochen sozusagen die Vorwahlen. Das ist ja, das ähnelt unserem alten Konzept, nämlich unserem alten Konzept davon, von repräsentativen Wählerstichproben, vor denen jeder Bürger sich zur Wahl stellen kann, jeder mit gleicher Redezeit, also an einem Abend vielleicht vier Leute mit zwei oder dreimal 15 Minuten oder was auch immer. Also auf jeden Fall sozusagen eine, in dem Sinne auch eine Vorwahl, ja. Und wer viele dieser Vorwahlen gewinnt oder positiv, also gute Plätze abschneidet, kann dann eben entsprechend die große Politik herausfordern. Und wenn er da auch noch gewinnt, dann gibt es Neuwahlen und so weiter. Also das sind alles Konzepte, die alle aber ein großes Problem haben, nämlich sozusagen, was ist das große Problem? Ja, dass die anderen zwei Koalitionspartner bei einer solchen Partei ja zustimmen müssen. Und da das sozusagen, sozusagen so etwas wie die Alleingewalt und Alleinherrschaft der bisherigen Politiker etwas, alles etwas einschränken würde, würden sie das wahrscheinlich ablehnen und zum Beispiel in einem Koalitionsvertrag nicht unterschreiben. Und während, wenn wir entsprechend, die würden das dann vielleicht unterschreiben, wenn wir das machen, was wir empfehlen, nämlich eine gewaltige Diätenerhöhung und Altersbezügeerhöhung machen für die jetzt existierenden Politiker, um dann darauf zu setzen, dass dann in Zukunft nach Einführung der Wohlfühlstimme oder eben solcher sozusagen Vorwahlsysteme dann sozusagen die frei werdenden Plätze in den übergroß gewordenen Parlamenten nicht mehr neu zu besetzen und dadurch dann die Gelder wieder runter zu sparen, sozusagen, dann gleicht sich das finanziell wieder aus. Aber eben die Politiker, die jetzt Berufspolitiker sind, hätten dann sozusagen einen Ausgleich für all das, was ihnen zukünftig entgehen wird. Ich sage es mal flapsig, durch den freundschaftlichen Kontakt, im Moment hat jeder Politiker durch den freundschaftlichen Kontakt mit den Reichen viele zusätzliche Bezugsmöglichkeiten an Geldern und diese müssen wir ja ausgleichen, denn auch dieses Vorwahlsystem und auch das, unser repräsentatives Bürgerstichprobenwahlsystem, sozusagen Vorwahlsystem hat sozusagen genau ja den Nachteil, dass es dann, dass es damit dann ein Ende wäre mit diesen freundschaftlichen Kontakten mit der reichen Welt sozusagen, weil die Bürger eben durch, egal ob durch Wohlfühlstimme, ob durch Vorwahlsysteme oder Bürgerparlamente, immer würde ja dann der Politiker an den Wähler gekoppelt werden, an die Bürger, an die Wähler gekoppelt werden. Und damit fallen diese Einnahmen weg und dafür müssen wir ihnen eine drastische Erhöhung der Bezüge auch der Altersbezüge geben als Ausgleich und danach müssen dann sozusagen einfach alle Parlamente verkleinert werden, sodass dann diese Ausgaben wieder schrumpfen sozusagen. Und das erinnert mich an die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo wir ja auch erstmal mehr Geld reinstecken müssen, damit die Kritiker der Werbekunden sozusagen, erstmal muss natürlich alles werbefrei gestellt werden, das macht es schon mal teurer. Also alle Werbespots der Pharma- und Impfindustrie und Testindustrie und Medizinindustrie gibt es dann nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Diese Gelder fallen weg, die müssen wir ausgleichen durch erhöhte Zahlungen von Staatswegen an diese Medien und so weiter oder eben mit tatsächlich höheren Rundfunkbeiträgen, aber dann wäre es das jetzt wert. Und dann müssen wir jetzt ja eben für jeden Journalisten, der der gleichen Meinung ist wie die bisherigen früheren Werbekunden, also auch wie die Pharma- und Impf- und Testindustrie, müssen wir ja einen kritischen reinstellen an seine Seite, sodass das dann korrigiert wird. und das zu einer ausgewogenen Diskussion kommt und nicht nur im Corona-Quartett von Servus-TV, dem besten Sender des deutschsprachigen Raumes, mit der besten Talkshow, dem Talk im Hangar 7. Also von daher, ja, also dann schauen wir mal, ja, Doppelsymptomatiken, so hat sich wohl auch Professor Streeck nochmal geäußert, also Doppelsymptomatiken, also Corona-Plus-Grippe, seien unwahrscheinlich, erfahrungsgemäß, so dass wir also, dass es sozusagen eben nicht da eine direkte Addition der Sterbewahrscheinlichkeiten gibt, sozusagen. Ja, und dann noch einmal, wir leben in einer Gesellschaft mit einem ganz unglücklichen Begriff, Meinungsfreiheit. Wir sollten überall in der öffentlichen Diskussion ganz klar sagen, wir schaffen die Meinungsfreiheit ab und ersetzen sie durch das, was eigentlich immer nur gemeint war, nämlich durch die Argumentefreiheit. Denn bei Meinungsfreiheit fühlt sich jeder berufen, seine Beleidigung und Diffamierung und Rufschädigung und was auch immer als Meinung zu verstehen, in Wirklichkeit geht es um Argumentefreiheit. Also jeder darf sagen, warum sozusagen Bundeskanzlerin Merkel sich irrt und einem vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Medizinindustrie sozusagen geglaubt hat. Darüber darf man reden, das ist Argumentefreiheit, aber eben man darf nicht sagen, dass Frau Merkel irgendwie kriminell gehandelt hätte, ohne dafür Beweise zu haben, beziehungsweise man darf es auch nicht behaupten, man darf eine Strafanzeige stellen, aber nichts behaupten. Schluck Wasser. Also, wir brauchen das Deutschland der Argumentefreiheit, alles andere muss wegzensiert werden, weil es alles fast 99% dann davon nur Angriffe sind und was sollen die Angriffe, ja, das bringt uns nicht weiter. Also Deutschland, das Land der Argumentefreiheit. Bei uns heißt es ja auch bei Demokratie pur, freie Argumenteplattform und das ist ja das, worum es geht. Alle Argumente müssen frei diskutiert werden dürfen und zwar überall, besonders in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ja, dann noch ein anderer Punkt, den wir ja auch in der einen Sendung, die unten verlinkt ist, ja auch angesprochen haben. Ja, wir haben mittlerweile auch hier das Angebot an die Fridays for Future pausiert sozusagen, bis sich geklärt hat, ob wirklich das mit wir 2020, ob wir da als unabhängige Parteiberater sozusagen, dass alles die Partei zu den 15% mit begleiten sollen sozusagen und der Regierungsbeteiligung mit begleiten sollen. Und mittlerweile ist es auch so, dass uns Fridays durch, gerade durch die Scientists for Future und durch letztendlich Fridays for Future auch insgesamt zu weit rechts geworden ist, ja. Wir wollen totale Reformen, die die gesamte Gesellschaft menschenfreundlicher machen, während Scientists for Future und Fridays for Future im Wesentlichen bis auf ein paar linkskriminelle, verfassungsfeindliche Ausreiser, die es da gibt und die sich da versuchen reinzudrängen, im Wesentlichen doch eben sehr rechts erscheint im Sinne einer Erhaltung eines grausamen Raubtierkapitalismus, der uns allen schwerst schadet und so weiter. Und da wollen die sozusagen den Raubtierkapitalismus erhalten. Sie haben so erzkonservative Personen wie Dr. Eckart von Hirschhausen dabei, die jede vernünftige Gesundheitsreform zu unterdrücken, neigen, haben wir selbst erfahren durch entsprechenden Mailwechsel und sozusagen jede menschenfreundliche Reform zu verhindern suchen. Wir haben so erzkonservative Personen wie Harald Lesch, Professor Harald Lesch bei den Scientists for Future zumindest, sich zu Wort melden. Also uns sind die definitiv mittlerweile auch in vielen Dingen zu weit rechts, Scientists for Future und Fridays for Future und wer so kapitalismusfreundlich ist und damit die Menschenfreundlichkeit verrät, der ist uns einfach da, auch wäre uns da kein besonders angenehmer Kooperationspartner. Also ruht unser Angebot an Fridays for Future bis auf weiteres. So, dann haben wir eine Sendung, da ging es mehrere Sendungen, da ging es wieder um die Gemeinwohlbilanz und da sagte noch mal einer, ja, die ist sehr anstrengend zu machen. Ja, aber jetzt haben wir da den Faktor genau, sie ist unheimlich anstrengend zu machen und sie ist nicht datensicher. Mit der Gemeinwohlbilanz hätten wir genau das gleiche Datenchaos, wie wir es jetzt bei Corona erleben, wo sozusagen alles willkürmäßig und ganz viele statistische Irrtümer und völliges Chaos herrscht. Und das wäre auch bei der Gemeinwohlbilanz die zwangsläufige Folge, weswegen wir ja sagen, dass all, das haben wir ja erklärt, in den Sendungen unten in der Infobox, den Links, dass sozusagen wir dort Datenstabilität haben, Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten sind knallharte Daten, die dann dazu führen, dass also letztendlich jeder Bürger ganz klar entscheiden kann, welche Parteien er nicht mehr wählt und welche Parteien er zukünftig wählt, sozusagen. Weil ganz offen steht, welche Partei steigert das Wohlfühlen der Bürger am besten in den entsprechenden Bundesländern und Kommunen sozusagen und welche Partei verbessert die Gesundheitsdaten am besten und welche Partei verbessert die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten zugleich. Und ja, sozusagen. Und ansonsten müssen wir auch, verweise ich auf all die 700 anderen Sendungen, die man beim Sender News und Talks in den Playlists findet, sozusagen. Und verweise auch auf die sechs Homepages, die es über das ganze Jahr gibt, sozusagen. Und verweise darauf, dass eben wir eins neu denken müssen, den Kernbegriff hier sozusagen, Vorteilbringende Irrtümer. Ja, man muss den Begriff freier Markt und freie Arbeitsteilung nicht unbedingt verstehen. Man muss nicht unbedingt verstehen, Fehlanreize und positive Anreize und negative Anreize. Aber man muss verstehen, dass unter unseren jetzigen Bedingungen, die seit 400.000 Jahren herrschen, grundsätzlich bestimmte Irrtümer, die den Menschen schaden, sich als Vorteil bringend erweisen. Und ich mache es noch einmal am sogenannten Corona-gefährlichkeitsüberschätzenden, Vorteil bringenden Irrtum. Also hier haben wir den Früharzt, der sich nicht irrt und sagt, nein, ihr müsst nur naturbelassenen Lebensstil weiterführen. Dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht euch um kleine Dinge nicht zu kümmern. Und dann haben wir nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion den ersten zwangsläufig sich irrenden Früharzt. Und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne, denaturierte Nahrung essen. Ihr braucht auch keinen natürlichen Lebensstil beizubehalten. Was euch gefährdet, sind allmächtige Winzlinge, die wir später Viren und Bakterien nennen. Und die sind die Killer. Und ihr könnt nur gesund bleiben, wenn ihr mir vieles abkauft. Später dann Impfungen und Tests und Antibiotika und Bestrahlung. Und nur wenn ihr möglichst viel von mir kauft, könnt ihr eigentlich nur gesund leben. Und dadurch verkauft dieser und vertauscht dieser natürlich mehr Produkte, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach. Und seine vorteilbringenden Irrtümer werden zum allgemeinen Lehrinhalt des Medizinstudiums. Und dadurch kommt es zu solchen drastischen Gefährlichkeitsüberschätzungen von Viren und Bakterien, aufgrund derer jetzt die ganze Welt gebeutelt wird. Weil eben die Pharma- und Medizinindustrie eben eine sehr beherrschende Rolle in der Welt spielen, sozusagen, und großen Einfluss haben. Und dieser wahrheitsorientierte Früharzt stirbt unter diesen Bedingungen aus, führen wir jetzt also entweder Budgetierungen ein, sozusagen im Gesundheitswesen, oder die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten. Und dann wird es so kommen, dass die wenigen noch übrig gebliebenen Ausnahmeärzte und Psychologen die große Teile der vorteilbringenden Irrtümer der Medizinindustrie durchschaut haben in ihrem Leben. Diese nachdenklichen Leute, wahrheitsorientierten Leute rücken dann an diese Stelle und werden dann mit ihren dann vorteilbringenden Wahrheiten zwei Kinder ernähren können, drei Enkel, zwei Urenkel und die Vorfahren der zukünftigen Medizinindustrie werden einer wahrheitsorientierten Medizinindustrie ohne Massen an vorteilbringenden Irrtümern wie Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern. Und dieses einmal verstanden zu haben, dass also dann hier die mit ihren vielen vorteilbringenden Irrtümern eher in die Aussterbensposition kommen, sozusagen. Wenig, immer nur ein nachkommen, bis es dann zum endgültigen Aussterben dieser Linie kommt, weil einfach dann es eben keine Verdienstzuschläge gibt für sich irrende Ärzte und Hausarztersatzpraxen und Hausarztersatzpraxis Gesundheitskommunen und so weiter. Und sozusagen, ja, letztendlich sozusagen, wenn man das einmal verstanden hat und dann versteht, dass man das auf jeden Teil der Gesellschaft anwenden kann, welche vorteilbringenden Irrtümer haben sich ausgebreitet im Arzt, im Arbeitsamt, im Schulsystem, im Bildungssystem, bei der Polizei, bei der Justiz, bei der Staatsanwaltschaft. Und wie weit lenken diese vorteilbringenden Irrtümer immer wieder hin zu Entscheidungen, die den Bürgern schaden, den Wählern schaden, den Wählern schaden und aber den individuellen Karrieren und individuellen Glücksmomenten sozusagen der Irrtumsträger nützen. Und wenn man dieses Grundprinzip der Durchforstung der Gesellschaft und der Reformierung der Gesellschaft, ja, welche vorteilbringenden Irrtümer haben sich zwangsläufig in der Rüstungsindustrie und in den entsprechenden Gesprächen mit den Politikern durchgesetzt, die dann am Ende zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Kriegen führen, die dann wieder zu einer Rückkopplung führen, nämlich zu größeren Verdienstmöglichkeiten für die Rüstungskonzerne und so weiter. Also wenn man einmal verstanden hat, dass man ständig über, wir müssen ja gar nicht unbedingt über Evolutionsbiologie und memetisch-genetische Evolutionsanalyse, Technik und so weiter reden, wenn wir dann wenigstens immer in jedem zweiten Satz über die vorteilbringenden Irrtümer und wie man mit positiven Anreizen die Fehlanreize kontert und so die vorteilbringenden Irrtümer zum Aussterben bringt innerhalb kürzester Zeit, wenn man das einmal begriffen hat, dass also der Schlüsselbegriff die vorteilbringenden Irrtümer in der Evolution sind sozusagen, dann hat man die erste Ahnung davon, dass die Next Scientists for Future natürlich die besten Reformen haben und können und dass dieses Handwerk, es ist ja ein Handwerk, wenn man einmal erkannt hat, was mit vorteilbringenden Irrtümern ist, kann man noch lange nicht einen Staat reformieren, dafür braucht man Jahrzehnte, sie brauchen ungefähr 40, mindestens 40 Jahre Lernen, Ausbildung in Evolutionsbiologie, bis sie evolutionsbiologisches Fühlen gelernt haben und dann auch wirklich spüren regelrecht, welche Anreizsetzungen, welche Probleme mit sich bringen und wenn das jemand macht, der das nicht richtig spürt und diese 40 Jahre Routine nicht hat, sozusagen wird der Staat kaputt gehen, weil dann die Reform sozusagen eher nach hinten losgeht, als dass sie riesige Wirtschaftswunderaspekte erzeugt. Und somit haben wir also hier, ja, ich rück's mal noch ein bisschen tiefer, vielleicht war das doch alles ein bisschen hoch, ja, und noch einmal zum Schluss, also alles, was zählt, das ist jetzt alles unwichtig, es zählt nur noch mitregieren statt rumreden, heißt das Motto, ja, wir, Bodo Schiffmann, jeder kann doch kritisieren, was er will, wir haben aber eine Chance, mit einer prominenten Persönlichkeit und diese Partei ist die einzige Chance, die wir haben, dafür zu sorgen, dass die Bundestagswahl ein neues Deutschland bringt, ein neues, verändertes, glücklicheres, gesünderes, ich sag immer tausendmal glücklicheres, tausendmal gesünderes, tausendmal langlebigeres und Wirtschaftswunder Deutschland mit 0,5 Billionen jährlich dann erbringen kann und diese Chance ist die einzige, die wir haben und jeder sozusagen Ego-Trip jetzt, Sie merken es ja auch an uns, wir dürfen selbstverständlich niemals Mitglied dieser Partei werden, aber wir als Berater sagen jetzt ja auch, wir mit nichts anderem Zeit vergeuden, nicht mit den rechtslastigen oder uns zu rechten Scientists for Future oder Fridays for Future die Zeit vergeuden, also mit den für uns relativ zu weit rechts stehenden sozusagen Scientists for Future wollen wir uns nicht mehr abgeben im Moment, weil wir unsere Kräfte eben auch dann bündeln wollen auf diese Partei, denn dann wäre ja Deutschland der erste Staat, der gesund werden würde und wieder im Dienste der Wähler tätig wäre sozusagen und nicht mehr wie bisher gegen die Wähler. Ja, das war es dann wieder mit dieser kurzen Ausgabe, also tut das Richtige, alle Konzentration auf wir 2020 und Schluss mit allem anderen, was nichts bringen wird. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!